Also das war unglaublich heute, das war, da fehlen mir fast die Worte, wenn ich das sagen darf, das war schon fast Augenorgasmus für die Zuschauer. Ein geiles, geiles Fußballspiel. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber auch schon ein paar Spiele auf dem Puckel, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Unglaublich, da fehlen eigentlich die Worte noch. Selbst im Spiel fehlen die Worte da. Und was wir stehen, 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 wir stehen! Wie wäre es denn, wir stehen, wir stehen conference. Mit fünf Fortschritt auf dem P voiture, der wir sind ein Ultraz Overseer und Dreimal América, Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja!